yo leute was geht ich bin es wieder euer freshen das hier einstellt und willkommen auf diesen kanal freunde und zwar heute suchen wir eine verlassene höhle die soll sich hier in der nähe befinden hier wie ihr seht haben wir schienen direkt laufen und die höhle die soll sich irgendwo da befinden ich bin mal gespannt ob wir sie finden und dann würde ich sagen freunde starten wir wie immer jetzt mit dem video auf jeden fall ganz schön matsche hier wie man sieht hier sind die schienen von da sind wir gekommen vorne ist direkt eine straße muss man aufpassen aber kriegen wir schon hin da haben wir sie wir haben sie freunde da ist auch sieht aus wie eine höhle jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen weil da kommt ein auto perfekt vorne da ist sie da ist die höhle wir haben sie gefunden tatsächlich 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 so vorne hier ist der eingang zu der höhle taschenlampe ist auch schon am start und da würde ich sagen gehen wir mal rein das ist auf jeden fall ein stück düster da drin und ganz schön eng wenn man das sieht und schön eng hier hier ist eine tür gewesen perfekt freunde schaut euch das mal an ganz schön neblich geile sache ich weiß nicht ob man das auf der kamera hört hier tropft es auf jeden fall hier ist auch wasser hier sind Metallstützen hier oben ich weiß nicht wofür das ist das sieht mir aber eher aus wie so ein ich weiß nicht Bunker oder so könnt es natürlich gerne in den kommentar schreiben hier ist schon wieder so Metallstreben hier tropft es überall hier kommt auch das wasser durch ich weiß nicht ob man das so gut sieht auf der kamera hier läuft sie überall das wasser lang wahnsinn 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 von mir sind doch überall so Teelicht da aufgestellt wer weiß was hier passiert jetzt wofür die höhle auch genutzt wird hier schon wieder so ein Teelicht wahnsinn freunde hier ist zugemauert hier geht es nicht weiter schade oder was haben wir hier da oben ist auch zu da kommen wir nicht weiter schade schade freunde freunde aber hat auf jeden fall was muss ich ganz ehrlich sagen die klein aber fein ne würde ich sagen an der stelle klein aber fein freunde so sieht es aus da oben ist noch so ein Loch drin aber kommt auch das wasser durch da tropft es auf jeden fall auch wieder hier Stadt Paul 19.12.2020 ah ja aber da tropft es schön von der Decke runter hier ist eine Ablagerung ich weiß nicht was das ist könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben freunde hier ist noch so ein alter Topf ne das ist was ist das eine alte Teekanne geil so ein Badiro liegen was ist das denn irgendwelche Pillen krass geil nochmal hier tropft es auch überall ist auch alles zurückgekippt da oben hat auf jeden fall was hat auf jeden fall was hier ist der Ausgang hier ist der Ausgang Tageslicht wunderbar ja freunde das wärs auch mit der kleinen Lost Place Tour durch diese Höhle hier wenn euch das Video gefallen hat ihr wisst bescheid was zu tun ist gebt den ganzen gerne Daumen nach oben da wer neu ist kann mich natürlich gerne kostenlos abonnieren und ich würde sagen wir sehen uns dann beim nächsten Lost Place Video wieder in dem Sinne Freunde machts gut gut